Wir sind wie wieder bei Mario Gifts Up. Oder? Auch nicht? Jetzt sind wir wieder da. Ich hab mir überlegt, ich mach die Secret Exits am Schluss. Also, ziemlich am Schluss. So, ah! Was mach ich denn? So. Magical Sky heißt dieser Level. Und, äh, was macht der denn? So. Damit hätten wir dieses Problem schon mal erledigt. Wow. Viele, viele bunte Gegner. So. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Da ist noch Röhre. Da komm ich aber wahrscheinlich nicht rein. Au. So. Ja, ich rede bei Mario Gifts Up wenig. Ist mir selbst schon mal aufgefallen. So, mein Yoshi ist weg. Aber das ist egal. Da. Wow. Das müssten... Das müssten Sprites von... Yoshi's Island sein? Okay. So, schauen wir mal hier rein. Ist da was? Nö. Du Arschkeks. Du Arschgesicht. Du Arschgesicht. Ach, daneben nicht. Oh, Midway Point. Hahaha. Halleluja. So. Da haben wir hier eine Blume. Die ich auch gerne behalten möchte. Ah, na. Na. Komm schon. So. Safe. Safe? Ah, mein Gott. Oh, mein Gott. Aber die Mucke, die ist geil. Woher erkenne ich die Mucke? Da, 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 da. Okay. Dann nicht. Aber ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Wow, wow. Wow. So. Oh. Kurze Zeit nicht aufgepasst. Nein, 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 nein. Ich will meine Blume behalten. Definitiv. So. Denn hier müsste... Ach, da ist bestimmt noch eine drin, ne? Ja. Wow. Magical Sky. Oh, die muss mich beeilen. Geht's da rein? Nö. Safe. Ah, jetzt geht's wieder schnell. So, so. Geht's hier rein? Nö. Geht es hier rein? Nö. Ach, ja. Ich hab schon ewig kein Mario mehr aufgenommen. So. Ich will meine Blume haben. Ich will meine Blume auch behalten, bitte. Ja. Oh, meine Zeit läuft ab. 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 Oh, mein Gott. Ach, da müsste das... Sag mir bitte, dass da... Ah, Dankeschön. So, wir machen ein Fast Forward. Schön. Safe. Wo geht's jetzt hin? Nach da oben. Okay. Majestic Magic. Hat das ein Secret Exit? Nö. So. Wie gesagt, die Secret Exits, die suche ich dann am Ende. Oh, mein Gott. Scrolling. Okay. Okay. Cool, die blinken. So. So. Diesen Sprung, den kann ich nicht so gut mit Anlauf. Diesen Spin Jump. Weil ich da immer so umgreifen muss. Ja. Okay. Jetzt geht's nach unten. Aber der Hintergrund ist wunderschön. Muss ich jetzt echt mal sagen. Wow. Okay. Da kommt gleich was, ne? Okay. So. So. Oh, mein Gott. Was für ein Sprung. Pfff. So. Blume. Oh. Hi. Na? Wie geht's? So. Was haben wir denn hier alles? Münzen. Feuerbälle. Die von mir verschossen sind. Oh, mein Gott, ey. Ja, ist klar, ne? Springen wir einfach mal da rein. Na, komm schon. Na, komm schon. Down. So. Die Münze will ich haben. Hey, das war gut. Das war schlecht. So. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Okay. Ah, gib mir meine Blume, du asozialer. So. Oh, mein Gott. Oh, Sprite lag. Ah. So, jetzt geht's nach unten. Natürlich muss ich erst warten. Natürlich muss ich erst warten. Was hab ich auch anders gedacht? So. Geht's nach oben? Ja. Oh, mein Gott. Was ist das für ein beschissenes Scrolling? Nach unten? Hier. Geht's nach oben? Das ist echt ein beschissenes Scrolling. Ah. Fuck. Fuck. So. Boah, ey. Das ist... Oh. Nein. Oh, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Bam. Und wieder schneller Vorlauf. So, hier. Cloudhopping. Ach du Scheiße. Ich hab so ein Gefühl, dass ich weiß, was es sich da handelt. Von Wolke zu Wolke hüpfen. Oh, nein. Kein Amazing Hammer Brother. Ah, das sind jetzt bei mir die Awesome Hammer Brothers. Komm mal her, hier. Dankeschön. Bam, bam. So. Wo geht's denn lang? Da runter. Ich hab eigentlich gedacht, das wären solche, ähm... Faltenwolken, wie wir sie vorhin hatten. Oh. Hi. Feuerblumen. Ah, piece of witcher. Aha. Ah, guck mal da. Man sollte auch nicht vorbeispringen. Wäre von Vorteil. So. Yo. Bam. Ah, ich hasse solche Sprunglevel. Na super. So. Und nochmal saven. Und hier rüber auf die Röhre. Äh, saven. Fast den falschen Knopf gedrückt. Save, 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 save. So. Ah, wunderschön. Ah, wunderschön. Hopp, 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 wow. Hopp. Ich dupst der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase. Und direkt die Blume wieder eingesackt. Sehr schön. Brauche ich nicht, will ich nicht. Ich will da hoch. Denn hier ist bestimmt wieder eine Feuerblume. Na sicher. Hier gibt es ja auch kaum Federn. Und wenn, dann können wir nicht gescheit mitfliegen. Komm, raus. So. Wow. Da unten ist der Midway Point. Da will ich eigentlich hin. Naja, komm, egal. Egal. Gibt es auch einen Secret Exit? Egal. So, hier hoch. Oh. Habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. So, was haben wir denn hier oben? Wenn da jetzt ein P-Switch drin... Ne, schade. So. 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 Ähm, ja, wo bleibt die Plattform? Ja. Da. Sehr schön. Safe. Du-Dum. 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 Hi. Röhre. Hat das was zu bedeuten? Nö, natürlich nicht. Bams. Als hätte ich es gewusst. So. 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 Aber hier geht's rein. Safe. Ah, wunderschön. Wir haben schon... ...den dritten Level geschafft. Jetzt in diesem Part. Ne? Soweit ich auf meine Uhr schaue, ist es noch nicht mal ein Part. Weil ich nehm ja jetzt wieder am Stück auf, ne? Ist klar. Aber ich denk mal, dass ich hier einen kurzen Schnitt machen werde. Ich hoffe, dass es ohne neue S anhes Gone. Und dann glaube ich, dass es un Part. Also nein. Month.